Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Joko Winterscheidt, ich bin durchaus ein Mensch, der Turnschuhe mag oder Sneakers, wie man ja in Neudeutsch sagt. Und jetzt gibt es eine Aktion Sneakers for Life, das ist für einen guten Zweck, da kann man Sneaker ersteigern auf Kleckt ab dem 15.03. Ich habe hier einen Sneaker aus meiner Sammlung rausgeholt, der ist ungetragen, das ist ein Modell, was es so nur in der UK-Variante gab, weil von Nike haben wir damals den Air Max 90 rausgebracht in der Karmen und immer aus den jeweiligen Ländern, wo sie dann erschienen sind, da ist auch noch eine englische Flagge drin, das lokale Kamu draufgedruckt und ich sage mal so, ich habe ihn nie getragen, weil ich immer dachte, es wird einen Moment geben, wo er passt, den gab es bis heute nicht, aber ich glaube, dieser Moment ist besser als jeder andere. Ihr ersteigert diesen Sneaker für einen guten Zweck, das Geld geht unter anderem zur Unterstützung der Deutschen Krebshilfe raus, also ihr rettet damit Menschenleben. Und ich sage noch was, wenn dieser Sneaker mehr als 1000 Euro macht, dann verspreche ich, begebe ich ihn persönlich. In diesem Sinne, das ist mein Schuh für einen guten Zweck. Danke.